Hallo, wir haben hier ein Special von den Vorspielern mit Jules und Dan. Wir haben jetzt bei zwei Videos, haben wir über 100 Views und dafür danken wir euch. Danke! Und wir haben anlässlich dieses Treffens, nein, dieses Anlasses, haben wir ein Treffen von unserem gesamten Fanclub gemacht. Also wir haben die ganze Stadthalle gemietet, da haben wir vielleicht aufgefahren. Ja, das war mit Fanfaren und bombastisch war das. Ja, wir haben richtig übel aufgefahren hier, Buffet und Freigetränke und ich glaube die Cola am Kompare, die haben da aufgebaut gemacht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, hier mit so Ständen, eieieiei. Also da ging es ab, hier Karussell, Hüpfburg war dabei, alles war dabei, haben wir so aufgefahren. Gut, also es waren auch mindestens 50% vom Fanclub waren da. Ja, mindestens 50% also. Gut, war dann halt nur einer und dann haben wir das nach hier verlagert. Das ist der Fanclub, also 50% vom Fanclub. Ja, danke! Danke, danke! Danke, danke schön! Ich hätte gerne einen auf die Stromrechnung bekommen. Oh! Ja! Ja, auf die Stromrechnung! Danke! Ja, geil! Ja, ja, und nach dieser Party, also da sind wir auch noch, wir haben noch ein bisschen Hangover, ne? Oh, mein Kopf drückt! Got a Hangover! Wow! Ja, aber die Party, die müssen wir jetzt mal langsam, wir haben jetzt genug Party gemacht, ne? Ja! Ja, danke! Dankeschön! Ähm... Wo kommt der eigentlich in den Dün? Der war schon da. Ja! Ja, und wir danken euch nochmal für die ganzen Views. Ähm... Vielen Dank! Vielen Dank! Auch vom Jouples! Ähm... Ja, wir wollten das Video ja eigentlich erst von bombastischer Kulisse machen mit dieser ganzen Party-Szenerie, aber das war dann doch ein bisschen äh... Ja, die Kamera kann... Ja, die Kamera kann... Und außerdem kann die Kamera auch nicht so viel Lichter gleichzeitig aufnehmen, weil das funktioniert... Die ganzen Special Effects... Ja... Haben wir uns gedacht, machen wir das Video da, wo wir auch an unseren Videos arbeiten. Da wo... Da wo es angefangen hat! Da wo die Magie im Raum ist, da wo der Feenstaub in die Videos reinkommt, ne? Da wo der Feenstaub reinkommt, ne? Von echten Feen... Wo der Feenstaub, ne? Der Feenstaub... Wo der reinkommt, ne? Wo er richtig reingepresst wird. Da wird er maschinell reingedrückt, ne? Ja... Und mit diesem Bild... Wie wir im Schein einer Kerze... Uns bedanken... Entlassen wir euch... In den Abend oder in die Nacht oder in den Morgen. Je nachdem, wann ihr das seht. Tschüss! Ciao! Wuhuuu! Applaus Applaus